Hallo, hier ist der Matti von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für jetzt auch wirklich Montag. Am Freitag habe ich mich bis zum Wochentag vertan. Das ist die Analyse für Montag, den 4.10.2021. Und unser DAX hat sich zum Freitag eigentlich im Grunde genommen selber den Rettungsring schon hingelegt. War schon kurz vorm Ertrinken und hat aber an der 200-Tage-Linie dann erstmal zugreifen können. Wenn wir jetzt so schauen, siehst du auch so mit dem gleichen Überreizen trotzdem, galt es gut in unserem Pfeil aus. Wenn wir überlegen, wie sind wir in den Freitag reingegangen, mit welcher Analyse, hatten wir gesagt, dass man es nicht unterschätzen soll, dass dieser Monatsauftakt auch durchaus nach oben bollern kann. Das heißt, wenn der DAX eben nur bei 15.61, 15.81 nach oben dreht, dass man dann halt auch durchaus ein bisschen Platz lassen sollte. Einfach weil die Monatsersten, wenn denn tatsächlich dann Geld auch reinkommt, auch gerne mal richtig durchziehen. Dass da mal richtig Zug drauf kommt. Dass er aber, wenn er tiefer geht, wenn er wirklich tiefer geht, durchaus Platz hätte bis an die 200-Tage-Linie und eben unsere Zone noch. Das heißt, sollte er sich welche zeigen, sollte man ihm da Platz lassen. So, wir sind direkt mit Abwärtsgap eröffnet. Hartes Abwärtsgap, starkes Abwärtsgap. Wirklich, wirklich, ähm... Also, da war schon erkennbar, dass das kein Halten von der 15.1.60, 15.1.80 mehr werden kann. Der war schon bei 15.1.10 gewesen. Er ist ja direkt dort eröffnet, direkt an der 15.1.15, 15.1.10, direkt am Gap. Hat dann tatsächlich hier genau auf die 200-Tage-Linie aufgesetzt. Und dann eigentlich ganztägig an einer Erholung von der 200-Tage-Linie gearbeitet. So, das heißt, der Short-Trigger, der hier bereits aktiviert wurde, hat ja gesagt, gegebenenfalls, ähm, darüber über dem letzten Hoch einfach absichern. Ähm, wo man auch jetzt vor ein paar Tagen nochmal drüber gesprochen hat, dass das ja grundsätzlich an sich noch aktiv ist, dadurch, dass kein höheres Hoch gekommen ist. Der hat jetzt hier so erstmal so seinen Zielkorridor, seinen ersten Zielkorridor tatsächlich schon erreicht. Ja, das heißt, ähm, das ist ein wichtiges Ziel einfach, was der DAX angelaufen hat. Und so eine 200-Tage-Linie ist jetzt auch nicht irgendwas im Chart, ähm, was alle 100 Tage mal, oder, nee, andersrum, was jeden Tag irgendwie so einmal angelaufen wird und deswegen keine Bedeutung hat. Nein, so eine 200-Tage-Linie ist schon ein bisschen maßgeblicher von der Wirkung einfach her. Ne, wenn so ein DAX sich jetzt von einer 200-Tage-Linie mit ein bisschen Schwung distanziert, kann es durchaus passieren, dass es Marktteilnehmer gibt, die ihm daraus jetzt Trendfortsetzungsabsichten unterstellen und die dann natürlich auch mit Käufen unterstützen und reinkaufen. Deswegen ist für nämlich der Montag, wir haben das jetzt auch am Samstag, ähm, die, die bei uns mit drin sind, ähm, und die, die beim Webinar mit dabei waren, die hören das jetzt vielleicht doppelt. Aber da haben wir das auch mal ein bisschen ausführlicher von oben durchgekaut, wie, wo, was, auch mit Monatskerzen und so weiter. Die Monatskerze ist ja im September halt auch wirklich schwach gewesen, ne, aber wir haben halt jetzt auch statistisch starke Quartale und deswegen ist es schon enorm wichtig, jetzt den DAX über die nächsten Tage zu beobachten. Ähm, weil natürlich jetzt so ein Kontakt 200-Tage-Linie, das kann auch reichen, reicht es dem DAX aber nicht, geht der aber tief her und holt sich aus der, aus der roten Monatskerze vom September noch ein bisschen Schwung, dann redet man halt auch nicht nur über 14.800 unten halt, ne. Also da geht schon ein bisschen mehr Korridor dann auch einfach auf und deswegen würde ich hier auch jetzt einfach mal unseren Tagesschart ein bisschen fortführen, ne, weil so an sich ist jetzt alles aufgebraucht, es ist alles abgearbeitet, also zumindest der Trigger, der ist abgearbeitet, weil die 200-Tage-Linie ist erreicht. Was wird, wie würde ich jetzt weiter erwarten? Also ich würde auf jeden Fall die nächsten Trigger unterhalb von die, unterhalb der 15.800, äh 14.800 platzieren, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass er von dort, ähm, auf diese Hochs hier aufsetzen kann. Da ist noch so ein kleines Zwischentief drin, im Bereich von 14.400, aber dann eben auch bei 14.175, ist so eine Unterstützungszone, die sich dann bis 13.800 platziert und das wäre eigentlich so ein nächstes mögliches Trigger-Ziel, wenn unser DAX jetzt hier runter geht. Ich würde sogar fast sagen, wir könnten das ein bisschen enger schnappen, weil wir haben ja hier jetzt 1, 2, 3, 4 Tiefs ohnehin stehen, das heißt, geht der tiefer, ähm, können wir vielleicht so machen, dass wir das am Tief wirklich festmachen, würde ich davon ausgehen, dass er an der 800 hier wirklich ein bisschen rumdödelt, dass er sich da ein bisschen Zeit einfach lässt und dann aber perspektivisch, also ruhig auch so ein bisschen hin und her springt hier zwischen der 200-Tage-Linie, dann aber perspektivisch sich hier den Weg wieder nach unten sucht, weiter abdippt, dann hier bis zu dem Bereich, dann haben wir ja gerne immer wieder so kleine Gegenbewegungen drinne und dann hier runterkommt, ne, so dass er im Oktober gegebenenfalls durchaus nochmal ein bisschen schwächischer auftreten kann. Das wäre, ich sag mal, ein negativste Nachwahl, ne, also eine bärische Betrachtungsweise, wie unser DAX, ähm, auftreten kann, wenn er, wenn er verkauft wird, wenn Schwäche in den Markt reinkommt, wenn vor allen Dingen auch Nervosität in den Markt reinkommt, ähm, das, das ist etwas, was viele erkennen, viele sehen, aber ganz wenige nur nutzen für sich, wenn der Markt wirklich anfängt, volatil zu werden, nervös zu werden, ne, dann, ja, neigt es schon eher mehr dazu, sich nach unten zu entladen und, äh, die meisten reagieren falsch, ne, wenn der Markt dann anfängt zu schnauben, ähm, dann, dann, dann schlagen die eher mehr dagegen, weil sie so erschrocken sind von der Bewegung, die dann kommt, ne, und da muss man dann ein bisschen aufpassen, aber das wäre, sag ich mal, ein Negativ-Szenario, was ich mir vorstellen könnte, muss aber ganz klar sagen, und so kennt ihr meine Analysen auch, so kennt ihr die Analysen, die wir immer fahren, ähm, ähm, wir wissen nicht, was kommt, wir kennen die Zukunft nicht, wir können auch nie 100% garantiert sagen, die eine Variante wird es auf jeden Fall, und gehen deswegen einfach mehrere Sachen durch, die sich aus dem Chart ableiten lassen, um dann, ich sag mal, über die nächsten Tage einfach immer wieder rückblickend zu gucken, okay, wie, in welchem Niveau stehen wir denn, wie haben wir es vor einer Woche eingeschätzt, wie haben wir es vor zwei Wochen eingeschätzt, ähm, und was haben wir gesagt, würde dann typischerweise eben im DAX noch folgen, weil wir uns dadurch einfach eine Art Plan erstellen können, ne, die uns ein bisschen hilft, darauf vorzubereiten, und den DAX dann einfach bei typischer Musterabfolger, äh, hilft, ihn begleiten zu können, ne, und dadurch haben wir einen Wahrscheinlichkeitsvorteil, wenn wir die Muster dann einfach in der Auflösung immer wieder mitnehmen, so, und das heißt natürlich auch, dass es jetzt nicht richtig wäre, aus analytischer Seite jetzt nur zu sagen, es gibt nur eine untere Variante, und das, das ist schon an der Tageskerze, ja, so wie der sich hier von unten nach oben gestoßen hat, auf der, das ist ja ein Hammer letztendlich, ne, also, auf der 200-Tage-Linie hat er sich gedreht, und richtig, der hat sogar noch das Gap zum Vortag zugemacht, also, der hat schon ordentlich Kohle in die Hand genommen, um da zu sagen, ey, also, ja, neues Tief, habe ich gemerkt, aber, pff, was juckt es mich denn, das will uns der DAX damit sagen, das muss nicht bedeuten, dass das jetzt eine All-in-Long-Chance ist, aber ich würde sogar, ich stand hier, sagen, es ist eher fast eine Aufwärtschance, als eine Abwärtschance, deswegen haben wir unten auch den Trigger dran, weil ich jetzt vom DAX für Short-Varianten, für bärische Varianten, tatsächlich auch erst sehen will, dass der unter die 200-Tage-Linie nochmal drunter geht, belässt er das jetzt hier dabei, dann hat er hier einen Doppelboten stehen, stand jetzt schon, stand jetzt schon, der muss gar nicht nochmal runter, ja, dann hat er hier einen Doppelboten stehen, und dann wird er dann quasi in den Angriff auf 15.700 gehen, und wenn er da oben steht, brechen dann auch langsam die Flaggen seit hoch und können gucken, ob sich brauchbar hier irgendwie was ziehen lässt, indem wir einfach auf die letzten Hochs hier gehen, wartet mal, das will nämlich nicht so richtig, so lässt es nicht richtig ziehen, aber wir können es eigentlich so mit reinnehmen, man müsste es fast, ist es hoch hier höher gewesen, sag mal, wir haben hier hoch gehabt, 16.30, und hier ist es nur 16.60, also man könnte hier sogar noch für quer einziehen, aber ich glaube, ich würde so in die Richtung, vielleicht könnte man sogar über die hochsgehen, auf jeden Fall hier eine Art Flacke, oder, 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 ein Abwärts-Trend, sag mal, wir haben ein Abwärts-Trend, das ist formal vielleicht einfach richtiger, ob ich den jetzt so ziehe oder so, ich nehme mal gerne das Äußere mögliche, um dann einfach wirklich die letzte Kante zu haben, und da kann man schon sagen, also wenn es den DAX von hier unten jetzt hoch treibt, und ich sag mal, der bleibt ruhig und stabil, deswegen der Hinweis für uns auch mit dieser Nervosität, seht ihr, dass der Montag nervös ist, dass der schnaubt und spuckt und auf eine Eröffnungskerze 50, 100 Punkte einfach Bewegung reinbringt, dann sollte euch das direkten Warnsignal sein, dass es sein kann, dass der auch den Freitag nach unten versucht auszukontert, ja, weil jetzt viele vielleicht auch sagen, ey, das ist doch, das ist doch ganz klarer Doppelboden, das ist doch Oktober, Start, wollten sie in unten raustreten, in die Trendfortsetzung gehen, wurde super ausgekontert, verteidigt, das kann nur schon sein, dass hier jetzt Käufer drauf anspringen, das heißt, bleibt aber ruhig, konstant und mit Zug nach oben, und das Beste, wo man eigentlich den DAX dann erkennt, ist ja untergeordnet in den Rückläufen, das zeige ich euch gleich im 2-Stunden-Chart noch, was ich meine, und der läuft weiter hoch, ich würde den Leine lassen, und zwar durchaus auch hier oben bis in den Bereich um, ja, 460, 500 nochmal rein, ja, das heißt, das wäre sogar im Negativbereich noch möglich, dass er hier nochmal einen Schwung holt und dann nochmal abdreht, aber so richtig das Verkaufssignal kriegen wir mit Unterbieten der 200-Tage-Linie, auf ganz klassische Art und Weise, ist der Markt über der 200-Tage-Linie, ist er einen positiven Trend, ist er drunter, er hat einen negativen einfach, diesen negativen Trend, den Abwärtstrend, per Definition haben wir sogar schon eingeleitet, wir haben einen Trendwechsel eingeleitet, weil wir tiefere Tiefs gebaut haben, wir haben tiefere Hochs gebaut, wir haben auch tiefere Tiefs gebaut, ne, bloß eine Trend-Dynamik runterzu, die haben wir noch nicht, die kannst du aber ausbilden, ne, ein Trend hat immer verschiedene Beschleunigungsstufen, jetzt ist quasi der Trendwechsel erfolgt, bleibt er jetzt auf tieferen Hochs, ja, ist durchaus legitim, dass er, wenn er zurückdreht und er kippt weg, dass er auch nochmal da drunter kommen kann, ja, also per se definitiv, aber ich möchte für, um wirklich auch über solche Ziele zu sprechen, möchte ich ihn gerne unter der 200-Tage-Linie haben und das dann auch dauerhaft und konstant halten. Sehen wir den jetzt arbeiten, nach oben gebe ich ihm erstmal Platz in den Bereich um 15, 500, 15, 4, 60 rein und dann muss man ganz klar sagen, geht er dann drüber und nagelt sich hier oben aus der Flagge raus, macht ein höheres Hoch rein, muss man damit rechnen, dass der anfängt nach oben rauszulaufen, ja, und dann ist das hier unten fertig gewesen, dann war es halt einfach bloß ein Rücklauf und dann muss man aufpassen, dass man dann nicht zu spät erst an ein Jahresendrallye-Rennen denkt, die dann vielleicht schon in einem fortgeschrittenen Stadium sein kann, ne, so dass ich dann auch weiterhin die alten Ziele hier im Bereich um 16, 250 ranholen würde, ran kann würde und sagen würde, okay, geht er uns oben raus, halte ich schon für realistisch, dass es sich dann, das wird nicht so steil erfolgen, wie das hier ist, das müssen wir ein bisschen anpassen, fällt deutlich Träger oben raus, würde dann in die Richtung gehen, dass wir dann hier oben auch nochmal eine Seitwärtsphase bekommen und er dann einfach oben weiter raus tigert, ja, wartet, muss ich hier kurz ein bisschen rüberziehen, noch ein bisschen rüberziehen, noch, noch ein bisschen rüberziehen, Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, ja, unser DAX hier. Okay, und damit können wir eigentlich hier, haben wir ein schönes Bild, zumindest aus der Tagesebene, wo wir sagen können, der Martin hat ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass er davon ausgeht, dass wir hier die nächsten Wochen tatsächlich einen Ausbruch aus dem Band rauskriegen, dass er für Martin wichtig ist, wo geht der Außenband zuerst per Tagesschluss auch raus, das haben wir unten bekommen, wir haben unten das Band aufgezogen, die Bänder sind eingedreht, wir haben tiefere Hochs, wir haben tiefere Tiers, wir haben per se jetzt erstmal einen Abwärtstrend. Das heißt, für mich ist das erstmal ein Grund, Short-Positionen zu suchen, aber eben auch, wenn ich untergeordnet bestätigt bekomme, dass Schwäche am Markt ist. Jetzt habe ich hier jetzt erstmal einen Stabilisierungsversuch drin, ich habe einen Doppelboden, ja, das heißt, untergeordnet würde ich hier den Kopf kurzfristig, ganz kurzfristig wirklich ein bisschen runternehmen und mir am Montag angucken, wie kommt der hoch? Kommt der denn überhaupt hoch? Oder geht er vielleicht gleich per Abwärtsgeprayen? Geht er vielleicht direkt gleich auf einen Konter von der Freitagskatze? Dann wäre das Schwäche, wäre das für mich ein Grund zum Short und dann würde ich auch unterhalb von 200-Tage-Linie hier eben ein bisschen mehr Platz einplanen. Aber, und da springen wir jetzt nochmal an eine Zeiteinheit runter, arbeitet er jetzt hier weiter, arbeitet er jetzt hier weiter nach oben und das haben wir sogar im Chart schon drin, braucht man gar nicht großartig rumfuchteln, kann der Typie auch durchaus nochmal bis in den, oder eben auch bis in den Bereich hoch zurückkommen. Ohne, dass übergeordnet überhaupt was passieren würde, weil dann hätten wir trotzdem noch ein tieferes Hoch. Ja, und deswegen gucke ich mir den am Montag ganz besonders an, weil hier ist so das mittlere Band, so im Bereich um 270 und ich sage mal, bewegt sich der Dax darüber, da muss ich nicht brutal Short gegenhauen, muss ich jetzt erstmal nicht, weil ich will jetzt erstmal sehen, wie reagiert er auf den Doppelboden. Zieht er nämlich genauso an, wie er das beim letzten Mal gemacht hat von dem Tief. Er wurde ja hier schon mal gekauft, er kennt das ja. Und er macht hier Aufwärtsgap, Buh, Aufwärtsgap, Buh, Aufwärtsgap, Buh. Dann muss ich da nicht unbedingt jetzt hier brachial Short gegenstehen. Einfach, ne? Das ist der Grund, weswegen ich da ein bisschen aufpasse. Aber ich sage mal, alles, was jetzt hier unter 270 wieder nach unten wegdreht und mir eine Schwäche zeigt und ich auch vom Dax beispielsweise nach C3 Start keine neuen Tageshochs präsentiert bekomme, jetzt am Montag, nach 9 Uhr, nach 9.30, nach 10 Uhr keine neuen Tageshochs bekomme, dann wäre ich ein bisschen blickiger auf der Unterseite und würde nochmal probieren, Schritt 1 erstmal in die 15.100 reinzutraten. Die kann ich mir gut vorstellen, dass die nochmal angelaufen wird. Das ist das alte Gap. Da haben wir viel Bewegung gesehen, haben auch einen Rücklauf drin gesehen. Das heißt, es ist jetzt eine bestätigte Unterstützung mit unteren Band und so weiter und so fort. Dreht der uns hier runter, ist das der Bereich, in den ich erstmal rein traden würde in Lauf 1. Da würde ich hier gucken, kommt bestimmt von hier erstmal wieder hoch. Kann man sich dann angucken. Und später, wenn der Bereich mal bricht, sind dann eben auch weitere Tiefs drin. Möglich. Und da haben wir auch noch den Eidpfeil. Bleibt genauso kritisch. Aber ich muss ganz klar sagen, sehe ich den Dax über der 2.70, über der 3.100 rumtornen zum Montag, nach 9 Uhr, nach 9.30, nach 10 Uhr, neue Tageshoch. Dann lasse ich ihn laufen. Weil er kann, er kann, er kann bis 4.15, 4.60, 5.50 aus dem Stehgreif nach oben jetzt. Ja, und deswegen so 2.70, dort werde ich die Kante ziehen zum Montag, darunter mich eher abwärts orientieren, darüber eher der Erholung erstmal Raum lassen, weil Doppelboten und so weiter. Ja, und von daher haben wir eigentlich schon ein klares Bild, was wir nutzen können. Auch wenn es oft so ist, wenn ich der Meinung bin, wir haben ein ganz klares Bild und eine schöne Analyse und schöne markante Zonen, dass dann immer die meisten Kommentare mitkommen, von wegen, was für eine Wischiwaschi-Analyse. Aber gut, das kann ich auch nicht beeinflussen. Für mich ist das sehr interessant, sehr schön, sehr klar. Ich finde das auch schön, dass wir das neue Tief bekommen haben. Ich finde das auch schön, dass wir die 200-Tagel-Linie unten bekommen haben halt. Weil das ist wichtig, dass der Markt sowas mal abarbeitet. Das kann nämlich auch sein, dass er hoch zu jetzt eine ganz andere Antriebsdynamik bekommt, weil er jetzt weiß, okay, ich habe jetzt die 200-Tagel-Linie gesehen. Es kann sein, dass das jetzt bei Leuten, die Lehrverkäufe gemacht haben, der September ist durch, 200-Tagel-Linie ist gesehen. Es kann sein, dass die Motivation einfach jetzt sinkt von denen, die hier verkauft haben und der jetzt ganz anders anfängt zu steigen. Ja, und das ist schon interessant. Und das heißt, das wird uns schön Bewegung mitbringen. Ich glaube, wir gehen nicht davon aus, dass das hier jetzt in ein direktes Seitwärts übergeht. Zumindest ist es nicht so, wie wir es die letzten Wochen kennengelernt haben. Das ist eine andere Art jetzt. Und wir sind auch gut weg aus der Bewegung, quasi so, wie ich euch das fast versprochen hatte. Sind ja hier gut 500 Punkte, 600 in der Spitze, ja schon fast 750 Punkte weg. Und das wird auch noch mehr werden. Der wird sich tendenziell jetzt eher wieder weg orientieren. Muss jetzt bloß zeigen, will er jetzt den eingeschlagenen Trendwechsel, die Abwärtsroute beibehalten und sich auch noch beschleunigen. Ein bisschen Trenddynamik reinholen. Ja, oder hat er jetzt einfach sein ganzes Scheiß seitwärtsmuster und mit dem abschließenden Tief auf der 200-Taglinie beendet, bricht jetzt die Flagge und steigt oben raus bis in die Galaxie, bis zu Weihnachten, Jahresendreli durch und so weiter und so fort. Wir kommen jetzt in ein starkes Quartal rein. Oktober, November, Dezember sind in der Regel eher saisonal starke Monate. Ja, deswegen, man sollte sich hier nichts komplett verschließen, aber eben auch klar auf Sicht fahren. Und jetzt, Stand hier, ist es so, wir haben mit dem tieferen Tiefen einen Trendwechsel, einen Abwärtstrend bestätigt. Wir haben aber eben auch den Doppelboden, das heißt, wir gucken uns kurz an, was passiert jetzt auf dem Doppelboden, bekommen wir weitere Tiefs rein, dann Abwärtstrend, erst mal weitergedacht. Zieht der Doppelboden uns zu krass, zu stark raus, würde ich mich mit Shorts echt zurückhalten, oberhalb von 2,70. Wenn der da durchpower, würde ich mich zurückhalten, weil er kann eben auch versuchen, oben jetzt mal richtig anzugreifen, weil die Leute sagen, das ist abgeschlossen. Ja, und damit haben wir eigentlich ein schön klares Bild. Wir müssen eigentlich nur früh hingucken, vielleicht mal die ersten 1, 2 Stunden noch abwarten und dann gucken, wie bewegt sich der DAX ab 9 Uhr, ab 9,30, ab 10 Uhr und schon hat man es eigentlich fast auf der Hand dann liegen, weil das ist so etwas Elementares, was sich hier angelaufen hat. Der wird jetzt eine Reaktion zeigen und die wird auch größer ausfallen. Da geht es jetzt hier nicht um 10, 20, 30, 40, 50 Punkte, sondern da reden wir jetzt wirklich über die nächsten 200, 400, 500 bis vielleicht sogar 1.500 Punkte, die wir jetzt oben oder unten dann absolvieren können. Und das wird sich hier in den nächsten 2, 3, 4, 5 Tagen jetzt deutlich rauskristallisieren. Ja, deswegen schön aufmerksam bleiben, gucken, woran das geht. Wie gesagt, im kostenlosen Bereich für den Montag ist mir die 110 unten wichtig, wenn wir einen klar abdrehen sehen, wenn wir den Tschechis sehen, unter der 1, 10 hat er Platz, Abwärtstrend und so weiter kann es nicht austoben. Geht er über die 270, über die 300, gebe ich ihm Raum bis 350, 4, 15, 4, 60 und sogar bis 5, 50 rein. Aber das dann vielleicht erst eher in den Dienstag. Das schafft er am Montag noch nicht. Ja, und so werde ich es belassen. 19 Minuten habe ich jetzt dafür gebraucht. Okay, dann ist das so. Aber, ähm, ja, ist dann so. Kam mir jetzt nicht so lang vor. Aber es ist so. Also, ich finde es schön, ich finde es auch schön, was er gemacht hat. Ich finde es gut, dass wir am Freitag 200 Tage Linie bekommen haben, dass er auch ein bisschen überpaced hat. Er hat diese Doppelbooten, er hat jetzt eigentlich für beide Seiten alles offen, sodass die jetzt zeigen können, was sie wollen halt. ähm, Käufer können jetzt zeigen, was sie wollen. Sehen wir nicht, dass die Käufer angreifen, wissen wir, okay, die Verkäufer haben im Überhang, andersrum genauso. Ähm, das ist ein schöner Bereich eigentlich, den man für sich werten kann. Ja, okay, dann würde ich hier zumachen, dass es nicht noch länger wird. Drücke euch die Daumen zum Montag, dass sie gut reinkommt, euch eure Punkte rausgeschnitten bekommt. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, jetzt 2,40, 2,70, daran wird man sich schon gut orientieren können zum Montag, ne, und darunter ist klar, da drüber ist klar, ähm, übergeordnet ist eigentlich auch klar. Na, muss er bloß, muss er bloß loslegen. Na, und dann handeln, was man sieht. Ja, auch wenn das dem ein oder anderen mal schwierig wird. Also, ich wünsche euch Spaß, gutes Gelingen, und, ähm, das wird ein spannender Oktober. Das wird definitiv ein spannender Oktober. Hör ich mich schon ein bisschen drauf, weil das, er hat das schön gemacht zum Freitag. Ich finde das wirklich schön, dass wir das tief bekommen haben, weil das, das ist, auch, dass der September Schluss noch mal so tief gekommen ist, das lässt so viele Möglichkeiten jetzt im Chart, auch auf obere Ebene, ne, Wochenchart, Monatschart, das sind so, ah, das ist schon richtig lecker. Das ist schon, da tropft mir richtig der Zahn für die nächsten zwei, drei, vier Wochen. Das ist wirklich so. Er kriegt richtig Speichel, Speichelanregung im Mund hier. Ähm, das ist einfach lecker. Ich wünsche euch Spaß, wir hören uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal.